Es ist Samstagmittag. Es ist 12 Uhr. Zeit für High Noon. Von und mit den hildesheimlichen Autoren. Mein Name ist Jens Volling. Ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der folgenden Sendung. Ich wünsche viel Vergnügen. Es heißt ja bekanntlich, alles neu macht der Mai. Und so ist das auch heute bei High Noon. Ein neuer Monat, eine neue Folge. Mit einem altbekannten Thema. Nämlich Corona. Ja, heute dreht sich bei uns alles um die Pandemie. Wir, die hildesheimlichen Autoren, haben uns einmal hingesetzt und Corona-Gedichte verfasst. Und diese Gedichte werde ich Ihnen heute vortragen. Anschließend wird Renata Igel auch noch ihre Corona-Geschichte, der Maskenmann, zum Besten geben. Freuen Sie sich also auf viele Gedichte und eine Geschichte. Ich beginne mit meinem Beitrag. Regen fällt in leere Straßen. Kein Schirm gespannt, ihn aufzufangen. Still sind Plätze, Markt und Gassen. Nichts geht mehr seinen gewohnten Gang. Man bleibt daheim die meiste Zeit. Verlässt nicht mehr sehr oft das Haus. So manchen quält die Einsamkeit. Und dass man nichts Genaues weiß. Die Zukunft, sie ist ungewiss. Tausend Fragen, sie sind offen. An Regeln man sich halten muss. Und sonst warten, bangen, hoffen. Wann ist der Spuk endlich vorbei? Wann ist ein Ende bloß in Sicht? Wann sind wir wieder richtig frei? Noch wissen wir die Antwort nicht. So still, von Elvira Kentsche Ich kann nicht ins Theater gehen. Kann meine Freunde nicht mehr sehen. Nicht tun, was ich will. Und es ist so still. Ein Virus legt unsere Welt in Ketten. Jedes Land will seine Bürger nun retten. Getrennt, nicht vereint. Und die Sonne scheint. Und doch, von Elvira Kentsche Der Himmel ist blau. Die Luft ist noch kalt. Doch spür ich genau, Der Frühling kommt bald. Ein Vöglein singt, oben im Baum. Wie schön das klingt. Fast wie im Traum. Und am Königsteich, Die Enten beim Spiel. Die Welt ist so reich. Der Weg ist das Ziel. Es ist alles wie immer. Und doch, Jeder geht allein, Auf breiten Wegen. Man hält Abstand ein, Kommt man entgegen. Es ist plötzlich Ganz anders. Alles wird gut. Von Elvira Kentsche Ich möchte heute mal an was Schönes denken. Allen Menschen heute ein Lächeln schenken. Ich gehe durch den Wald, Genieße die Ruhe, Höre dem fröhlichen Lied der Vögel zu. Hier tanke ich Kraft, Bekomme neuen Mut. Ich gebe ihn gern weiter. Alles wird gut. Liebe in Corona-Zeiten Noch kosten? Wenn wir uns nicht mehr eng umleiben, Was wird von der Liebe bleiben? Kontaktlos, Nur digitales Schreiben Ersetzt nicht unser Liebestreiben. So liege ich einsam in den Kissen. Ich werde dein Herz und Haut vermissen. Wird das einmal wiederkommen? Der Gedanke macht beklommen. Ach, wie lange, Ach, wie lange Wird mir um die Liebe bange. Der Virus C wie Corona Von Renata Maasberg Erstarrt in Ruhe ist das Land, Seitdem der Virus Eingang fand. In Heimen In Heimen, Läden, Kinos, Schulen Auf Klinken, Tasten, Knöpfen, Spulen Kein Land bleibt davon unberührt. Wohin die Krise Uns noch führt? Überall in unserer Welt Wie eine Pest, Der uns befällt Bringt Stillstand, Mangel, Einsamkeit Kein Mensch bleibt so vor ihm gefeit. Er trennt von Menschen, Die wir lieben, Hat uns in Isolation getrieben. Doch wollen wir solidarisch sein, Um seine Herrschaft schränken ein. Kein Kino, Konzert, Shoppen, Reisen, Auch in Restaurants Nicht mehr speisen. Alles, das kann man nun vergessen. Doch es schmerzt, Wenn man jemand liebt, Den es in der Nähe nicht gibt. Nur in Gedanken, Telefon und Schreiben Kann man in Verbindung bleiben. Das ist doch schön, Dass das noch gibt Und man sich so Fernmündlich liebt. Denkpause Von Henning Reichrath Zur abschließenden Todesstrafe Führt uns der Lebensweg. Vorher dauert es noch lebenslänglich, Bis uns der Atem stockt. Was haben wir versäumt? Was haben wir alles falsch gemacht? An wessen Lügen haben wir geglaubt? Und welche Wahrheit blind missachtet? Wer waren unsere wahren Freunde, Die wir bisher nie anerkannt? Doch wem haben wir vertraut, Was uns auf falsche Fährten führte? Und wen hätten wir lieben sollen, Statt bloß mit Spott Nur abzustrafen? Reicht uns die Zeit Zur Umkehr und Veränderung? Oder ist es zu spät Für Einsicht, Korrektur, Zur Reue? In Krisenzeiten Von Marlene Wieland In Krisenzeiten Höhere Absätze tragen Hilft Auch Schmuck hat Einflussnahme So sitze ich mit langen Ohrringen Und dickem Pullover Auf ein Wunder wartend Wenn nichts kommt, Muss der Samtrock Noch dran glauben Oder die Perlenkette Von der Großmutter Wenn das auch nicht zieht Es ist ja bald Abend Und Sonnenuntergang Dann hilft vielleicht Wein Bestimmt Es ist nicht leicht in dieser Zeit Von Marlene Wieland Es ist nicht leicht in dieser Zeit Überall lauert der Tod Er ist unerbittlich Und keiner weiß, Wann er zuschlägt Morgen, Übermorgen Oder gar nicht Wo bleibe ich im Endzustand? Corona läuft nebenher Und nicht primär Und das ist doch gut so Sterben muss jeder Doch jetzt lohnt es sich nicht Eine fahre Beerdigung Möchte ich nicht Der Tod lauert Und er weiß schon genau, Wen er nimmt Warum dann die Hände waschen Und aufpassen Der Gesellschaft wegen Sozial handeln Bis zum Schluss Hoffen und Warten Von Renata Maasberg Der Tod an der Tür Er kann warten Verschlossen mein Eingang Er klopft vergebens Ich freue mich des Lebens Solange das geht Und die düstere Wolke Vorüberweht Die Hoffnung lebt auf Im blühenden Garten Wo Tulpen, Narzissen und Rosen Blühen und Schmetterlingen Diese umkosen Der Tod kann warten Warten, warten Auch wir müssen warten Und haben Geduld Isoliert von den Lieben Und Verwandten Wir beklagen Opfer Haben wir Schuld Dass uns die Seuche Die Viren sanden Es kommt eine Zeit Doch die wird dauern Wo alles Leid zu Ende ist Wir neu aufbauen Handel und Mauern Die offen sind Für Moslem Jude Christ Und es schneit Von Elvira Kentsche Es herrscht Trauer in der Welt So viel Leid Triff den Armen Den mit Geld Und es schneit Heiße Ware Von Elvira Kentsche Klopapier ist nun heiß begehrt Und es stieg schon enormem Wert Erleichtert sieht man Leute rennen Die ein Paket ihr eigen nennen Dann steht man vor dem Regal Denkt Die Lage ist fatal Denn es ist schon wieder leer Wo kriegt Klopapier man her Nur auf dem Markt Konnte man lachen Ein Händler Wollte Späße machen Er rief Kauft heute bei mir ein Und ist die Summe Nicht zu klein Macht 25 Euro hier Gibt's eine Rolle Klopapier Ein Bäcker schuf Mir fehlen die Worte Sogar jetzt eine Klopapiertorte Ich weiß wie ernst die Lage ist Und dass man Freude nun vermisst Doch soll man an die Zukunft glauben Sich einen Scherz auch mal erlauben Denn wenn die Jungen und die Alten Trotz Abstand fest zusammenhalten Und jeder etwas Rücksicht nimmt Reicht auch das Klopapier Bestimmt Isolation Von Renata Maasberg Der Himmel So blau Die Straßen so leer Ich einsam bin Wenn ich nach draußen schau Seh ich keinen mehr Die Verbundenheit ist hin Jeder Einzelne im Haus Abgeschieden vom Anderen Macht sich Gedanken Wann dürfen wir raus Zum Treffen und Wandern Ohne Verbote und Schranken So will ich sie tragen Mit Gleichmut und Sinn Mit Kreativität sie überwinden Ohne Murren und Klagen Danken Dass gesund ich noch bin Um so Gelassenheit zu finden Wie leuchtet draußen die Natur Sie schenkt uns Vertrauen Mit ihrem Wachsen und Blühen Wie eine erfrischende Kur Wenn wir auf ihr Gedeihen schauen Wie aus ihr neue Kräfte ziehen Mit Herz und Verstand Von Renata Igel Die Pandemie wirft Fragen auf Die wir in unserem Lebenslauf Bislang verdrängt Auch nicht gesehen So konnte manch Übel bei uns geschehen Die Atempause uns verrät Die Welt ist auf den Kopf gedreht Der Blick auf die Dinge Und ein anderer ist Das hab ich lange schon vermisst Die Zeit zwingt uns jetzt nachzudenken Wie wir die Zukunft steuern, lenken Ist Wachstum noch das Zauberwort? Bei uns, der Welt, an jedem Ort? Wir sollten Soziales in den Mittelpunkt rücken Und uns nicht länger davor drücken Menschen, die sich engagieren Selbstlos, für alle gemein Respekt und Dankzöllen Ins Gebet schließen ein Und auch wird nunmehr sonnenklar Die einfachen Leute Arbeiten wunderbar Trotz schlechter Bezahlung Ohne Weh und Ach Entsorgen Müll Für den Lebensmittel nach Ohne sie liefe nichts Das Leben stände still Drum ich ihnen auch Dank aussprechen will Zum Schluss des Dilemmas Was gut ist nun? Die Umwelt kann endlich ein wenig ausruhen Trotz Corona Dürfen wir nicht den Blick verlieren Auf die Natur Die Umwelt Bedrohte Tiere Auch Millionen Menschen Leiden große Not Ihnen zu helfen Ist unsere Pflicht Höchstes Gebot Wie wird die Welt sich denn verändern? Gut oder schlecht in allen Ländern? Fallen wir an alte Gewohnheiten zurück? Oder entsteht Neues Das wäre Glück Ich hoffe, dass das Gute weiter besteht Die Erfahrung in uns weiterlebt Die Menschheit hat es in der Hand Global zu gestalten Mit Herz und Verstand Neues Leben Von Elvira Kentsche Am Wegrand blühen die ersten Pfeilchen Wie schön sind sie im zarten Grün Nun dauert's sicher nur ein Weilchen Dann wird der Flieder wieder blühen Ich tröste mich mit dem Gedanken Ja, neues Leben wird entstehen Und es gesunden alle Kranken Die Welt Sie wird sich weiter drehen Neun Monate später Von Elvira Kentsche Die Menschen sind im Haus gefangen Humor ist, wenn man trotzdem lacht Europa-Fahnen miteinander wehen Aber die Grenzen wieder bestehen Zwischen den Völkern und den Ländern So kann Corona alles ändern Was einst uns einte Zum Beispiel der Handel Erfährt nun einen jähen Wandel Denn die Räder stehen still Und das noch lang Nicht unser Will Jeder Angst vorm Andern hat Solidarität Auf einem anderen Blatt Wir sind doch eine Weltfamilie Nicht nur bei Sport Olympiaspiele Jetzt in solchen Krisenzeiten Gedanken Wie wir das heute und morgen Werden bestreiten Wir sind aufeinander angewiesen Auf unserer Erde Der einen wie diesen Uns geben Hilfe Heim und Halt Nicht vergrößern Abstand Spalt Falsch und fehl Ist unser Denken Wir nur unser Eigenschiff Tun lenken Auf dem unruhigen Weltenmeer Neue Regeln müssen her Wenn wir weiter wollen bestehen Muss man neue Wege gehen Bedacht Langsamer Bewusster schreiten Um eine bessere Welt Uns zu bereiten Trennungsschmerz Von Renata Maasberg Ich hab's geahnt Nun ist es klar Die Krise dauert noch ein Jahr Und alle Hoffnung flieht Dass man sich mal wieder sieht Zur Liebe Die grad erst begonnen Die wird uns wieder weggenommen Ich werde alt und älter Mein Herz aber nicht kälter So bleibt es nur beim Schreiben Wie lange kann das so bleiben? Wohin wird das nur führen Wenn wir uns nicht mehr spüren Die Hand auf meinem Herzen Beim Licht von Liebeskerzen Dein Mund auf meinem Munde Dass du mich liebst zur Stunde Dass ich dich hab besessen Das kann ich nicht vergessen Erinnern Das wird bleiben Das kann man nicht beschreiben Wie schön es ist gewesen Zu spüren Dein ganzes Wesen Befreit von Sehnsuchtspein Das wird es nicht mehr sein? Flügelschwingen Von Renata Maasberg Die Luft ist lau Ein Kuckuck ruft Auch ein Pirol Gefangen Ich in Isolation Ich will ausbrechen Der Weg zu dir Gesperrt Corona Meinem Herzen wachsen Flügel Über die Schranken hinweg Fliegt es zu dir hin Will atemlos bei dir sein Umfangen in Freude Ein Traum Im Körper gefangen Wie aus dem Nichts Von Renata Maasberg Wie aus dem Nichts Ist er entstanden Woher er kam Und das weiß man nicht Er ist jetzt überall vorhanden Erobert alles Schicht für Schicht Er überfällt die ganze Welt Superreiche Und die ganz Armen Und er verschlingt All unser Geld Und es ist auch zum Erbarmen Wie er maßlos frisst die Herzen Die uns wollen gern entzwein Wollen Demokratie ausmerzen Das kann man ihnen nicht verzeihen Er bringt so vieles zum Erliegen Was uns heil und wichtig ist Auch die Kultur Ist nur zu kriegen Per Post PC Medial Ein Mist Wie lange wird das Nun noch dauern Viele Jahre An begrenztes Leben Ach es lässt mich so erschauern Wie manch einer Arbeit Muss aufgeben Jetzt heißt es nur noch Warten Hoffen Dass alles bald vorüber geht Und ein neues Leben Offen Für einen anderen Wind Der weht Der nicht zerstörerisch ausbeutet Unsere Welt So ganz und gar Was man für die Zukunft deutet Nichts wird sein Wie es einst war Gedanken in dieser Zeit Manchmal fange ich mich an zu fragen Ist das eine von Gottes Plagen? Will er den Menschen damit verkünden Das ist die Strafe Für eure Sünden? Dann sehe ich Blumen am Wege blühen Die Vögel singen Die Sonne lacht Alles ist schön So bunt Und so grün Das hat sich Gott Für uns ausgedacht Für Kriege Krankheiten Und Pein Tragen die Schuld Wir ganz allein Und nach dem Dunkel Kommt das Licht Nur sehen Wir das oft leider nicht Corona 5 vor Schwarz Von Anke Wurgersin In der Corona-Welt Wo sich Covid und SARS Die Bühne teilen Spielen wir nicht Wir sitzen in leeren Rängen Miteinander reden ist mutig Eigentlich trägt eine Maske Alles Dunkle guckt uns an Am Abgrund der Ungewissheit Stehen wir zusammen in Angst Und aus Liebe in Distanz Wir lassen das Visier herunter Und tausend und ein Ding ziehen Wichtiges haben wir in den Wind geschrieben In einer berührungslosen Zeit Ist es fünf vor Schwarz Wir bleiben zu Hause Machen das Unsichtbare sichtbar Und zählen Gehalte wie Tage So bitte nicht Von Elvira Kentsche Beim Einkauf ziehe ich mir Handschuhe an Weil ich hoffe, dass mich das schützen kann Mir scheint, so denken andere auch Vielleicht könnte man sie nach Gebrauch Richtig entsorgen Das wäre fein Doch damit stehe ich scheinbar allein Hoffnung Von Elvira Kentsche Wer hat hier wohl in die Zukunft gedacht Als er dieses Schild in den Müll gebracht Vielleicht soll die Geste Hoffnung machen Hört man ja bald wieder Kinder lachen Schleck lass nach Oder auch schwere Zeiten Von Elvira Kentsche Die Sonne scheint Es denkt Herr Krause Da bleibe ich doch nicht zu Hause Er geht spazieren Ihm wird heiß Oh, denkt er Jetzt ein schönes Eis Eis kaufen Ist ihm auch erlaubt Doch wenn Herr Krause etwa glaubt Er könnte es schlecken Gleich vor Ort Dann irrt er sich Hier muss er fort Ganz vorschriftsmäßig 50 Meter Entfernt er sich Und etwas später Schaut er zur Eistüte Oh Schreck Das schöne Eis Es ist längst weg Mein Name ist Renata Igel Ich habe eine Geschichte geschrieben Die mit Corona zu tun hat Aber nicht nur mit Corona Und sie heißt Der Maskenmann Heute ist nicht mein Tag Absolut nicht Feuchte graue Novembernebel Legen sich schwer über die Stadt Und mein Gemüt Ich fürchte Dass ich den ganzen Tag Das elektrische Licht Eingeschaltet lassen muss Die depressive Verstimmung Zieht gemeinsam mit der Dunkelheit Langsam den Rücken hinauf Und ich spüre Wie sie sich hartnäckig In meinem Kopf festsetzen will Aber so weit lasse ich es nicht kommen Und beschließe daher Mir eine leckere Linsensuppe zu kochen Linsensuppe hilft immer Gegen mulmiges Gefühl Ärger Kälte Liebeskummer Und Corona-Frust Ich liebe Linsensuppe Mit viel Suppengrün Ordentlich Zwiebeln Rippenspeck Und dicken Bockwurststückchen Also genau das Richtige Für die überflüssigen Pfunde Ich muss zugeben Dass mir mein Leibgericht Heute besonders gut geglückt ist Genüsslich Schlürfe ich die Suppe Löffel für Löffel Ein wohlig warmes Gefühl Verbreitet sich in der Magengegend Das Telefon Das neben mir auf dem Tisch liegt Reißt mich aus meiner Glückseligen Behaglichkeit Auf den Anruf meines Arztes Habe ich schon den ganzen Vormittag gewartet Er will mir heute Den Termin für die Impfung mitteilen Seufzend lasse ich den Löffel In die Suppe sinken Ein leichtes Stöhnen dringt Über meine Lippen Denn in der Leitung Ist nicht der zu erwartende Arzt Sondern meine Freundin Gerda Das hat mir gerade noch gefehlt An diesem ohnehin schon düsteren Tag Und dann auch noch die Störung Beim Mittagessen Das kann dauern Meine Suppe Kann ich gleich vergessen Gerda lebt seit dem Tod Ihres Mannes allein in ihrem Haus In einem kleinen Kuhdorf Ziemlich zurückgezogen Deshalb hat sie oft Ein enormes Mitteilungsbedürfnis Nach ein paar Tagen Stille Abgeschiedenheit Hat sich bei ihr Ein unglaublicher Redestau aufgebaut Im Wechsel ruft sie dann Ihre Freundin an Heute bin ich mal wieder an der Reihe Normalerweise freue ich mich Wenn ich etwas von meinen Freundinnen höre Aber Gerda überhäuft uns stundenlang Mit belanglosen Kleinigkeiten Die sie beschäftigen Uns aber nur mäßig interessieren Sie hat Zeit Unendlich viel Zeit Nach kurzem Wortgeplinkel Kommt sie dann recht zügig Auf ihr derzeitiges Lieblingsthema zu sprechen Die Corona-Pandemie Ich bin es eigentlich leid Dass jede Unterhaltung Von diesem Thema dominiert wird So als gäbe es nicht noch Andere wichtigen Gesprächsstoff Aus Angst vor einer Ansteckung Geht Gerda fast gar nicht mehr Aus dem Haus Und weigert sich Ihre Kinder und Enkel zu treffen Sie leidet Jammert Und wiederholt ständig ungefiltert Das Was sie in den Medien Und im Internet Von früh bis spät hört Besonders die Falschmeldungen Aus dem Internet Bringen mich auf die Palme Weltuntergangsszenarien Und die skurrile Schizophrenie Die als Einschüchterung Fragwürdiger Gruppierungen In die Welt gestreut werden Es ist fast unmöglich Meine Freundin In ihrem Redeschwall zu unterbrechen Als ihr eine winzige Atempause macht Grätsche ich mit meiner Doch sehr anderen Sichtweise Dazwischen Ich lasse mich nicht Von Berichten und Horrormeldungen Herunterziehen Und schütze mich dadurch Dass ich sehr wohl auswähle Wann und welche Infos Für mich wichtig sind In meiner Pandemie bedingten Vielen freien Zeit Lese ich Freue mich bei der Gartenarbeit Gehe spazieren Und sehe selbstverständlich Meine Familie Natürlich alles Mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen Und im Rahmen der Bestimmung Ja, ich genieße es sogar Dass der Terminkalender Nicht mehr so voll ist Und ich durch die stillere Zeit Wieder mehr zu mir selber finden kann Empört unterbricht mich Gerda Sie empfiehlt mir eindringlich Meine lockere Einstellung Zu überdenken Und alle Wirklich alle Informationen Möglichst aktuell In mich reinzuziehen Die Sache sei so ernst Dass man ohne Wenn und Aber Seinen letzten Funken Lebenslust Über Bord werfen sollte Düster prophezeit sie mir Das Ende Der an Corona Aussterbende Menschheit Den Kollaps der Wirtschaft Und den unaufhaltsamen Niedergang der Kultur Wer oder was hat sie bloß Derartig radikalisiert Frage ich mich Oder verpasse ich gerade Wirklich den Weltuntergang Schießt es mir durch den Kopf Als klar denkender Mensch Verabscheue ich Panikmacherei Sensation Scherrscherei Und das Wiederkäuen Abgedroschner Hohler Phrasen Natürlich stelle ich auch einige Vorgaben in Frage Und sehe wie sehr viele Geschäftsleute Restaurantbetreiber und die Reisebranche Unter der Last ächzen Doch ich sehe auch Wie schwierig es für die Politik ist Einen richtigen Weg zu finden Nach manchen Fehlentscheidungen Ist das Geschrei groß Denn jeder Weiß sowieso wieder alles besser Um meine Freundin zu beruhigen Sage ich einfühlsam Hey du Komm mal runter Alles wird wieder gut Aber meine Worte Scheinen absolut nicht bei ihr anzukommen Sie prallen ohne Wirkung An ihrer aufgewühlten Hysterie ab Nach einer Dreiviertelstunde Ist dann endlich das Thema ausgelutscht Wie eine saure Zitrone Mir dröhnt der Kopf Ich kann und will heute nichts mehr Von diesem ausgenudelten Mist hören Den ständig auf den neuesten Stand Gebrachten Fallzahlen Statistiken Und mit oder an Corona Verstorbenen Patienten Wenn ich mich jetzt noch länger Mit dem Thema beschäftige Ersticke ich eher Bevor ich der Pandemie zum Opfer falle Ich brauche Luft Dringend frische Luft Selbst auf meine Linsensuppe Habe ich nun keinen Appetit mehr Sie ist ohnehin schon längst kalt Als Jugendliche Bin ich immer Wenn ich Ärger Schulstress Probleme mit den Eltern Oder Liebeskummer hatte Zum Wiesenberg gejoggt Mein Renner durch die Natur Glich einer Gehirnwäsche Die brauche ich jetzt auch Beim Joggen Können meine Gedanken Überflüssigen Ballast abwerfen Was wiederum Eine klarere Sicht Auf die derzeitige Situation ermöglicht Zu neuen Denkansätzen Und zu einer Entscheidungsfindung Aus einer anderen Sichtweise führt Das Ritual des Laufens Auf dem Wiesenberg Habe ich mir bis heute Als eine Hilfe In schwierigen Lebenssituationen bewahrt Mit schnellen Schritten Hetze ich den kleinen Hügel hinauf Mein warmer Atem Bläst Dampfwölkchen In den kühlen Herbstnebel Ich sauge tief die frische Luft In meinen Lungenflügel Mein Puls schlägt schneller Aber es tut gut Ich fühle Wie ich meine schlechte Laune Mit jedem Schritt Mehr und mehr hinter mir lasse Der Pfad Den ich eingeschlagen habe Ist schmal und uneben Hier kenne ich jeden Stein Jeden Huckel Fast jeden Plötzlich vertrete ich mich In einer Kuhle Und verdrehe mir dabei mein Knie Vor Schmerzen Stöhne ich laut auf Scheiß Knie Eigentlich sollte ich Schon längst operiert worden sein Aber ich habe den Termin Immer wieder vor mir hergeschoben Humpelnd Rette ich mich auf die nächste Bank Dort sitzt schon ein älterer Herr Ist der Platz noch frei Frage ich rein der Form halber Ohne eine Antwort abzuwarten Setze ich mich ans andere Ende der Bank Das Knie schmerzt höllisch Ich strecke das Bein aus Und reibe mit leichten Druck Die Innenseite des Gelenks Mein Blick ist dabei in die Ferne gerichtet Und schweift über das liebliche Mystisch anmutende innerste Tal Unterhalb des mit niedrigen Sträuchern Bewachsenen Hügels Fließt gemächlich der Fluss Im Osten schält sich schemenhaft Die Silhouette der Marienburg aus dem Nebel Weiter rechts liegen verstreut kleine Dörfer Vor den schwachen Konturen der Wälder Ich liebe diesen unverstellten Bilderbuchblick In ein Stück heile Welt Sie haben keine Maske auf Reißt mich der Fremde Aus meiner Fixierung auf die Knieschmerzen Und der verträumten Aussicht heraus Verdutzt drehe ich mich um Sie haben keine Maske auf Wiederholt er nüchtern Erst jetzt nehme ich mein Gegenüber wahr Der große, schlanke Mann Trägt eine körrefarbene Korthose Ein gelbbraun kariertes Sakko Und einen dunkelbraunen Rollkragenpullover Typ Architekt Ertappe ich mich bei meiner Vorschnellen Einsortierung des Mannes Doch seine langen, leicht schütteren Weißen Haare Die fast bis auf seine Schultern reichen Lassen er auf einen Rebellen Der späten 60er Jahre schließen Und dann wird mein Blick von seinen Augen angezogen Diese magischen Augen Hellblau, lebendig, wach, forschend Da ist ein Strahlen, Blitzen und Funkeln in seinem Blick Nicht der milchige, trübe Ausdruck eines alten Mannes Sondern eines Menschen Der noch auf die Abenteuer des Lebens gespannt ist Und neugierig ist auf alles Was um ihn herum passiert Hypnotisiert starre ich ihn an Ich überlege, was sich für eine Nase Welche weichen, sinnlichen Lippen Sich hinter seinem Mundschutz verbergen Mein Gott, ist das ein faszinierender, attraktiver Mann Gestehe ich unumwunden ein Es ist lange her Dass ich mir einen Mann so genau angesehen habe Und der mich so sehr in seinen Bann gezogen hat Mit einem verschmitzten Blick Fragt er nochmals Maske? Völlig irritiert Und mit unkoordinierten, fuchtelnden Hennen Stammle ich wie ein verlegenes Schulmädchen Ein Schulmädchen mit 65 Jahren Mundschutz? Ja, nein, doch Normalerweise schon Aber hier draußen in der Natur Leider nein, vergessen Haben Sie ein Problem damit, dass ich hier sitze? Der Sicherheitsabstand ist ja fast eingehalten Lächle ich entschuldigend Ich brauche gar nicht seinen Mund zu sehen Denn in seinen Augen spiegelt sich seine ganze Mimik Sein Lächeln und seine Gefühle wieder Spitzbübisch amüsiert wird er ab Ist alles okay Wir dürfen uns nur nicht näher kommen Ein vergessener, erregender Schauer rieselt über meine Haut Dieser Mann, den ich gerade erst getroffen habe Gibt mir das Gefühl einer Vertrautheit So, als hätte ich einen langjährigen Freund wieder getroffen Es entsteht eine kleine Pause Während der ich meinen Nachbarn aufmerksam mustre Ich trage zwar keinen Mundschutz Aber ich glaube, dass wir trotzdem alle eine Maske tragen Und das nicht erst seit Corona Jeder trägt sie zu seinem Selbstschutz Um sein Innerstes nicht jedem zu offenbaren Viele verstecken ihr wahres Ich ganz gerne hinter ihrem Mundschutz Oder einer unsichtbaren Fassade Der Mann schaut mich fast ein wenig erschrocken an So, als hätte ich einen wunden Punkt berührt Er wendet seinen Blick von mir Stützt seine Unterarme auf seine Beine Und heftet seinen Blick An die Dornen eines Schlehenstrauches Der sich an den Hang klammert Unerwartet wechselt die Stimmung Dieses forschen, lebensbejahenden Mannes Mit leiser, monotoner Stimme beginnt er zu erzählen Ich glaube, dass sie Recht haben Nicht nur die Politiker, die Schönen, Reichen und Künstler Tragen eine Maske Sogar im engsten Freundes- und Familienkreis Verbergen sie ihr wahres Gesicht Da ist der Vater, der sich nach dem Krieg Die Maske des Schweigens übergestreift hat Oder der Bruder, der immer dominant und überlegen auftrat Aber in Wahrheit seine Angst und Unsicherheit Hinter der Maske verbarg Auch die Tochter, die meint eine schlechte Kindheit gehabt zu haben Um ihre jetzigen Probleme auf die Vergangenheit abzuschieben Verkriecht sich vor der Wahrheit Kaum hörbar fügt der Mann mit leerem Blick hinzu Und da ist auch noch die Frau Die ihr Gesicht verschleiert Damit ihr Mann nicht erkennen soll Dass sie ihn betrügt Es entsteht eine lange Pause Der Nebel hat sich weiter zugezogen Und schließt die Dörfer in der Ferne in weißem Dunst ein Matt scheinen die gelblichen Lichter der Häuser Wie warme Lichtpünktchen durch die graue Nebelsuppe Ich kenne auch jemanden, der sein ganzes Leben hinter seiner Maske versteckt hat Erzähle ich Er schreibt Geschichten und Leserbriefe für die Zeitung unter einem falschen Namen Er will anonym bleiben Er hat ein untrügliches Gefühl dafür Wenn in unserer Gesellschaft oder Politik etwas aus dem Gleichgewicht gerät Dann wittert er die Gefahr schon im Keim Durch sein sensibles Gespür erkennt er Bedrohungen lange bevor es viele andere realisieren Und sich so die Angelegenheit zur Katastrophe ausbreiten kann Er streitet für den Erhalt von Frieden, Recht, Freiheit und seinen Glauben Dafür kämpft er, auch wenn unter einem Pseudonym Um die Menschen mit seinen klaren Gedanken wachzurütteln Dadurch, dass er diese Werte verteidigt, bringt er sich manchmal in Gefahr Mit seiner Einstellung eckt er deshalb bei Extremisten, Fanatikern, Rechten, Linken oder Querdenkern an Deshalb hat er sich zum eigenen Schutz und dem seiner Familie eine Maske zugelegt Der Mann nickt nachdenklich Eigentlich ist es unfassbar schlimm, dass es in unserem demokratischen Land so weit gekommen ist Dass sich jemand in Gefahr begibt, der für unsere Grundrechte eintritt Vielleicht müssen sich ihm viel mehr Leute anschließen und ihn lautstark unterstützen Nicht die Chaoten dürfen rumbrüllen und im Mittelpunkt stehen Sondern die, die das Gute wollen Nach einer Pause füge ich hinzu Corona hat vieles verändert Und manches, was im Argen lag, gnadenlos aufgedeckt Die Pandemie hat uns zum Nachdenken und zum Diskutieren gebracht Und das ist gut so Vorher lief alles in eingefahrenen Gleisen Alles war so selbstverständlich für uns Jetzt müssen wir über unser eigenes Verhalten reflektieren Und die schmerzliche Erfahrung machen Dass uns das Wichtigste, nämlich der Kontakt zu Familie und nahestehenden Menschen fehlt Ja, die Nähe zu unseren Liebsten ist auf einmal auch nicht mehr selbstverständlich Uns wird klar, dass uns das am meisten fehlt Es ist fast dunkel geworden Nieselregen setzt ein Der Mann erhebt sich von der Bank Ich muss dann wohl nach Hause gehen Kann ich Ihnen noch helfen? Fragt er und zeigt auf mein Knie Ich schüttle den Kopf Nö, nö, das schaffe ich schon alleine Der Fremde dreht sich um und geht mit gerader Körperhaltung den schmalen Pfad den Berg herunter Ich sehe ihm nachdenklich nach Ohne sich umzudrehen, winkt er mir mit erhobenen Hand zum Abschied Dann wird er vom Nebel eingehüllt und verschwindet im Halbdunkel Ich verharre noch ein paar Minuten auf meinem Platz Je länger ich darüber nachdenke, umso deutlicher wird mir, dass mir der Fremde hinter seiner Maske von seinem Vater, Bruder, Tochter und seiner Frau berichtet hat Diese Anonymität, hinter der er sein Gesicht wahren konnte, ermöglichte es ihm, etwas von dem Preis zu geben, was ihn anscheinend so sehr belastet Ein Einblick in seine innere Gefühlswelt, den er ohne Verhüllung einem Fremden gegenüber wohl kaum gewährt hätte Es war ein kurzes, intensives Gespräch Ich denke wieder an seine lebendigen, funkelnden Augen, seinen unbeugsamen Gang und bekomme eine Gänsehaut Ich werde wiederkommen, an diesem mystischen Ort Und vielleicht... Danke Renata Und danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit Und bitte, bleiben Sie gesund Das war es für heute mit High Noon, von und mit den hildesheimlichen Autoren Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen Mein Name ist Jens Volling Ich war redaktionell verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung Wir hören uns wieder nächsten Monat, am dritten Samstag um 12 Uhr mittags Bis dann Bis dann Wir hören uns wieder von heute mithoom Fl ряд